In der modernen Zahnmedizin spielt die Kieferorthopadie eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Fehlstellungen im Gebiss von Kindern. Eine fra-einviertelzeitige kieferorthopadische Behandlung kann zahlreiche Vorteile bieten und dazu beitragen, dass Kinder ein gesundes und asthetisch ansprechendes Gebiss entwickeln. In diesem Video werden die verschiedenen Vorteile einer fra-einviertelzeitigen kieferorthopadischen Behandlung fra-einviertelher Kinder nachher erlautert. 1. Fra-einviertelher Beginn der Behandlung Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung ärmer glicht es, bereits im Kindesalter mit der Korrektur von Fehlstellungen im Gebiss zu beginnen. Dadurch kann in die Zahnmedizin und der Kiefer rechtzeitig in die richtige Position gebracht werden, bevor sich das Gebiss vollsterendig entwickelt hat. Dies kann langfristig dazu beitragen, schwerwiegende Fehlstellungen zu vermeiden und das Risiko von weiteren Komplikationen zu reduzieren. 2. Verbesserte Arztetik Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung kann dazu beitragen, dass Kinder ein asthetisch ansprechendes Gebiss entwickeln. Durch die Korrektur von Fehlstellungen wie beispielsweise einem Aoi-Babiss oder einer Zahnla-einviertel-CKI kann ihnen Kinder selbstbewusster auftreten und ein strahlendes Latschellen zeigen. Eine verbesserte Arztetik kann dazu beitragen, dass Selbstwertgefahr ein viertel HL und die Lebensqualität der Kinder zu steigern. 3. Bessere Kauffunktion Fehlstellungen im Gebiss kann ihnen die Kauffunktion beeinträchtigen und zu Problemen beim SNFA ein Viertel rennen. Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung kann dazu beitragen, dass die Zahnähe und der Kiefer richtig ausgerichtet werden und somit die Kauffunktion verbessert wird. Kinder kann ihnen dadurch besser kauen und schlucken, was sich positiv auf ihre Ernährung und allgemeine Gesundheit auswirken kann. 4. Vermeidung von Sprachproblemen Fehlstellungen im Gebiss kann ihnen auch zu Sprachproblemen FA ein Viertel rennen, da sich die Zunge und die Lippen nicht richtig bewegen kann ihnen. Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung kann dazu beitragen, dass die Zahnähe und der Kiefer richtig ausgerichtet werden und somit die korrekte Aussprache und dass da ein Viertel TZT wird. Kinder kann ihnen dadurch eine bessere Artikulation entwickeln und Probleme beim Sprechen vermeiden. 5. Vorbeugung von Kiefergelenksproblemen Fehlstellungen im Gebiss kann ihnen auch zu Problemen im Kiefergelenk FA ein Viertel rennen, wie beispielsweise Kiefergelenkschmerzen oder Verspannungen. Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung kann dazu beitragen, dass die Kiefergelenke richtig positioniert werden und somit das Risiko von Kiefergelenksproblemen reduziert wird. Kinder kann ihnen dadurch eine gesunde Kieferfunktion entwickeln und Beschwerden im Kieferbereich vermeiden. Zusammenfassend La SST sich sagen, dass eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung zahlreiche Vorteile FA ein Viertel eher Kinder bietet. Durch die rechtseitige Korrektur von Fehlstellungen im Gebiss kann ihnen Kinder ein gesundes und asthetisch ansprechendes Gebiss entwickeln, ihre Kauffunktion verbessern, Sprachprobleme vermeiden und das Risiko von Kiefergelenksproblemen reduzieren. Eltern sollten daher fra-einviertelseitig einen Kieferorthopadin aufsuchen, um die Entwicklung des Gebisses ihrer Kinder zu unterste ein Viertelzehen und magliche Komplikationen vorzubeugen. Eine fra-einviertelseitige kieferorthopadische Behandlung kann langfristig dazu beitragen, dass Kinder ein strahlendes Latschellen zeigen und ihre Mundgesundheit erhalten.